während alle anderen ausschlafen wollten nach der ankunft hatte ich mir als ziel gesetzt frühmorgens auszustehen und den sonnenaufgang zu sehen falls es ihn zu sehen gibt und ich wurde belohnt das frühe aufstehen hat sich gelohnt zwar war es eine kurze nacht aber schaut es euch selber an dazu kam noch der liebe kevin so so Bis zum nächsten Mal. Nach den ersten Aufnahmen am Morgen geht es nun mit dem Martin und mit der Steffi zum Bäcker, um Brötchen zu holen fürs Frühstück. Moin, der erste richtige Tag auf Madeira. Ich meine, es ist eine kleine Roomtour. Ich zeige euch quasi, wie es hier draußen im Garten aussieht und wie es drin im Haus aussieht. Also, folgt mir, wie jetzt quasi der erste richtige Tag hier wird. Es ist Dienstag. Let's go! Musik 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 Das war's für heute. Bevor es im Video weitergeht und wir zu einem Dorf fahren, um dort Fotos zu machen, stelle ich einmal die Models und die Fotografen vor. Hier, einmal die sechs Models. Maja, Alina, Vanessa, Johanna, Steffi und die Lea. Dann kommen wir einmal zu den Fotografen. Wir haben die liebe Julia, die alles ein bisschen organisiert hat. Die Mareike, die Johanna, die gleichzeitig Model und auch Fotografin ist. Sie springt da halt ein in den Fotogop für jemanden, der gerade krank geworden ist, kurz vor der Reise. Dann haben wir den lieben Kevin, den lieben Martin und wir haben mich. Das war's für heute. Ich rufe die Karte. Ich rufe die Karte. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.